hey ihr lieben schön dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen folge kriegs am shivering saturday ja ich muss mich erst mal ganz kurz wieder ein bisschen rein finden kommt auf jeden fall dann wieder zurück genau und dann können wir auch endlich runter wenn er sich wieder umdreht ich weiß gerade die tastenkombination nicht mehr aber der kann sich auch nirgendwo hochziehen doch oder toll und ich starte jetzt einfach hier will ich eigentlich nicht starten ich will hier wieder hoch zieht er mich hier okay kann er mich im lichtkegel ziehen ist jetzt er geht nicht durch lichtkegel durch okay das ist gut zu wissen das haben wir hier er spielt diese baumflöte richtig gut okay das war's sehr cool und jetzt wenn ich hier den hebel betätige entschuldigung jetzt habe ich mich verschluckt weil ich gleich mal begriffen habe dass ich jetzt wieder hier runter muss oder kann ich ja nicht springen ach da geht es ja gar nicht durch oh gott ich muss direkt wieder durch bei ihm gut dann würde ich sagen lenken wir den kleinen kerl mal um ich gehe wieder schön zurück so aber gut ich verstehe jetzt den sinn hinter diesen quallen sehr schön und es geht weiter okay hat das spiel ist einfach cool es ist einfach nur cool es darf auch ruhig mal knifflig sein wie gesagt es gibt bestimmt spieler die spielen viele dieser puzzle spiele und die denken sich so ach gott das ist doch überhaupt nicht tragisch diese komische vogel mensch wieder der auf dem bild der spielt die baumgitarre er ist aber nicht er ist aber nicht beunruhigt von diesem getöse und gelehrten er scheint ihn überhaupt nicht zu interessieren ja ja deine wand ist weg gebrochen hallo hat der was an den ohren das gibt es doch gar nicht kann man nur so taub sein oh ok einfach runter und gleich wo aber bei ihm ist ein hebel den ich wahrscheinlich oder ok ok und da ist auch nochmal ein hundi gut das kann jetzt lustig werden ach er geht auch da hoch aha jetzt bin ich hier ach ja wie cool also ich bleibe jetzt mal hier ich hoffe er kommt nicht ganz runter ich muss jetzt erstmal kurz spekulieren äh ok na er kommt nicht ganz runter gut dann kann ich diesen hebel hier betätigen was bewirkt der ok das war's aber noch nicht das war's aber noch nicht mhm hm 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 ah ja ok oh oh das war nicht gut was muss ich mit ihm machen er ist ja auch nicht umsonst da das ist ja klar ok er beruhigt sich gleich wieder wir warten bis die kracke durch geht gut ja perfekt ja perfekt also das habe ich ja eigentlich wirklich nur durch Zufall rausgefunden aber super für mich würde ich sagen ok das ist der hebel ich habe aber hier auch nichts übersehen oder nee ok die kracke ist jetzt da unten hm kann ich ich kann hier nicht drüber nee das geht nicht wenn ich sie nochmal rauslasse komm doch mal raus ok ich kann ihn ja auch nicht dass er mir hier öffnet ok ach so ich musste einfach nur schnell sein ja super gut zu wissen und da sind wir schon in der nächsten Szene oh ok wo kann ich runter ich denke mal einfach hier genau ah ja und hier ok ich muss wahrscheinlich zu ihm hier aber wie soll ich da rüber kommen das ist halt die Frage ich gucke mal was hier passiert ah ja ich kann ihn wieder umlenken nach oben ach ja genau und dann geht er hoch und dann links zu dem Roboterhund rüber und dann positioniert er ihn aber ich weiß nicht wo der ah ok der geht automatisch an ok das ist sehr gut und dann wo kommst du ok 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 und jetzt muss ich ihn ok aber wie lenke ich ihn zu dem anderen Hund ah ja einfach hier ausmachen rüber ich warte nochmal ganz kurz ja ich glaube ich habe es begriffen so hier raus und dann geht er hoch und links wird er auch wieder abgelenkt und dann müsste er den rechten Roboterhund nach hinten schieben und dann dürfte es eigentlich kein Problem mehr werden hier die zwei Hebel zu betätigen ok er geht hoch nee er kommt wieder ganz runter ich bleibe hier einfach mal stehen und gucke mal was passiert er müsste sich jetzt wieder umdrehen aber er geht jetzt hier nur hin und her gut das ist jetzt nicht der Sinn und Zweck hä wie machen wir das hier hätten wir zuerst den anderen Roboterhund ich weiß jetzt nicht genau was passiert hier geht das hier runter ach ich denke ach ich weiß ich muss ihn da oben dann auch nochmal umlenken ok gut ja so jetzt komm einmal hoch mit dir oh oh ok wow hier musste man echt schnell sein ich weiß nicht ob es anders auch noch geklappt wäre das kann ich jetzt so nicht beurteilen so wo geht er jetzt hin jetzt geht er hier runter ok gut gut so und nun wenn ich jetzt einmal ganz nach unten gehe ich gucke mal schnell ich denke ich muss hier einfach wieder nur schnell sein mal ganz kurz warten bis die Krake weg ist sonst kann ich von dem Hund gar nicht davon laufen kommst du warum bleibt er stehen ah da ist ja ein Loch vor ihm ok das heißt eigentlich müssten wir es noch irgendwie schaffen dass wir ihn ganz nach unten lenken oder wenn ich hier stehen bleibe dann geht er definitiv nicht nach ganz unten genau jetzt kommt er hier wieder runter und dann geht er einfach nur hin und her genau nach oben und nach unten kann er hier nicht aus wenn ich ihn hier um lenke dann müsste er nach ganz unten gehen oder ok wir müssen wieder schnell sein oh oh jetzt nicht noch sterben jetzt wo wir so weit sind ok jetzt geht er rüber ah er kann nach oben wieder aus jetzt kommt er hier runter und vielleicht geht er jetzt runter wir gucken mal nicht wieder hoch ah er geht immer zuerst hoch wie soll das funktionieren dort wird er so umgelenkt jetzt geht er wieder da hin einmal rechts und dann kommt er wieder zu mir runter ach puh hm ja das ist echt schwierig jetzt ja irgendwie irgendwas muss ich hier schon wieder ah wir haben ja hier noch einen lichtkegel was ist wenn ich dann müsst ihr doch ganz runter gehen oder das ist echt spannend ah ja jetzt geht er ganz runter ach man ja das war das das eine licht gut gut dann da ganz links geht er jetzt dann wieder hoch und dann können wir ja passt wir haben es geschafft wir haben es geschafft und damit was passiert nun ja gut damit haben wir diese folge auch geschafft ähm wenn euch die folge gefallen hat dann lasst mir doch gerne ein like da und abonniert den kanal und vergesst nicht die glocke zu aktivieren damit ihr keine weiteren folgen mehr verpasst und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag bis dann tschüss tschüss bis dann bis dann Vielen Dank.